Die Kardial- oder Impresso-Kultur oder Keramik ist eine Gruppe verwandter Kulturen der frühen Jungsteinzeit, die sich im 7. Jahrtausend vor Christus an der östlichen Adria-Küste und rund um das westliche Mittelmeer und auf den Inseln Kosika, Sardinien, Sizilien und Malta ausbreitete. Dominierendes Element sind stempelartige Abdrücke, die mit der Herzmuschel erzeugt wurden. Daher hieß die Kultur zunächst Kardial-Kultur. Da in der Folge aber immer mehr Keramik auftauchte, die mit anderen Gegenständen ausgeführte Eindrücke besaß, wurde der Ausdruck-Abdruck-Keramik eingeführt, Fundgebiete und Stiele. Älteste Abdruck-Keramik findet man oft in Höhenlagen oder Höhlen und bis auf Ausnahmen nicht im Hinterland der jeweiligen Küstenregion. Auch in einigen portugiesischen Muschelhaufen finden sich Scherben mit Kardium-Abdrücken, die auch an der Algarve, im Alentejo und an der Mondego-Mündung vorkommen. Die anfängliche Homogenität der Impresso-Keramik löste sich in mehrere, teils Post-Impresso-Kulturen auf. Dazu gehört später im Gebiet beiderseits der Rhone die Cesila-Gots-A-Kortaliot-Kultur, die in Südfrankreich, Norditalien und der Süd- und Westschweiz zunächst zu eigenen Namen erhielt, heute aber als einheitlich aufgefasst wird. In Portugal folgen der frühen Periode unverzierte Gefäße mit charakteristischem Wandknick und mit Randformen, die im dritte Jahrtausend üblich wurden. Formen des Gefäßbodens Abgesehen von der Verzierung ist auch die Gefäßform different. Die jüngere Keramik ist generell flachbodig, während die Keramik mit den kardialen Mustern noch rundbodig ist. Die Rundbodigkeit ist Gegenstand von Diskussionen, da die Gefäße des mediterranen Neolithikums vor Entstehung der kardialen Keramik flachbodig waren. In der Region mit kardialen Keramik hatte allein ein Gebiet in Afrika rundbodige Keramik entwickelt, jedoch im mesolithisch-wildbeuterischen Kontext. Kontakte der Träger der kardialen Kultur mit den afrikanischen Jägern und Sammlern sind umstritten. Bilder Punkt 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 Vielen Dank.